Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, so wie es ist! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzterrestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Nicht als Feindlinge! Verreißer und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur... mit dem Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um da alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Und jetzt... Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist... unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg... ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich gewaltig, eher jaglich wie eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Untertitelung des ZDF, 2020